Hey, bist du die Person, die sich bei uns beworben hat? Noch nicht? Dann wird es aber Zeit. Wir sind eine Kettenfabrik in Mönsheim und suchen dich als Verstärkung im Bereich Kettenmechanik, Goldschmiede, IT, Verwaltung. Hast du andere Stärken? Hier ist der Link. Schick uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.